Wir leben in gespenstischen Zeiten. Die Zäune explodieren, die Infektionszäune. Es ist auch fraglich, wann Nationalteams quer durch Europa reisen, um in leeren Stadien Fußball zu spielen. In der Nations League, die ich nicht unbedingt für einen legendären Bewerb halte. Aber es geht natürlich um Geld, man muss präsent sein, Fernsehverträge, das ist ganz klar. Drei Spiele, drei Siege, mehr geht nicht, weil sonst hätte man ja vier- oder fünfmal spielen müssen. Man muss nur sagen, es war natürlich Griechenland, Nordirland und Rumänien. Zählen nicht unbedingt zu den Kapazundern im Fußball. Aber es ist durchaus okay. Der ästhetische Genuss war begrenzt. Aber die Mannschaft hat irgendwie Moral, einen gewissen Willen entwickelt. Natürlich ist es für Fußballer die Zeiten auch schwierig und äußerst merkwürdig. Man hat immer das Gefühl bei der Mannschaft, weil die Generation ist wirklich gut, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Spieler, dass noch mehr möglich wäre spielerisch. Das spricht eigentlich für die Mannschaft, dass man von ihr mehr erwartet, als sie zeigt. Nehmen wir das Nordirlandspiel her in Belfast, sieht man nur die erste Hälfte, denkt man sich, das war gut. Traut man dann ab und einer trat nur für die zweite Hälfte auf, denkt man sich, was war das? Das ist ja wirklich schrecklich und fürchterlich und nicht anzuschauen. Aber Fußball ist halt ein Ergebnissport und die Ergebnisse haben gestimmt. Ich bin jetzt am Zweiter gekommen. Ich bin jetzt am Alperen für die ganze Arbeit gestimmt. Verklemmt Verklemmt Dem bleibt Verklemmt Verklemmten Vielen Dank.